Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Opening zu Flammende Finsternis auf meinem Kanal. Heute wollen wir zusammen ein zumindest halbes 2 Pack Blister Display öffnen. In dem Sinne halbes, weil ich nur die Flammende Finsternis Booster davon öffnen werde, sind insgesamt 12 2 Pack Blister hier drin. Mit einmal jeweils pro Blister einen Clash der Rebellen Booster und einen Flammende Finsternis Booster. Da ich allerdings, wie gesagt, nur die Flammende Finsternis Booster öffne, weil ich Clash der Rebellen nicht sammle und es mir mehr bringt, wenn ich die weiterverkaufe. Weil dann refinanziert sich das hier so ein bisschen mit dabei und bringt mir halt nicht viel, wenn ich das öffne. Und ich Clash der Rebellen, wie gesagt, nicht sammle. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem heute aus den 12 Boostern Flammende Finsternis schöne Puls trotzdem mit dabei haben. Und Clash der Rebellen wird dann bei mir dann auch, also die 12 Booster werden dann bei mir auf Ebay landen. Und falls ich die zum Beispiel nicht verkauft kriegen sollte, kann ich ja dann später irgendwann immer noch öffnen. Also das läuft mir ja nicht davon. Nur für meine aktuelle Sammlung bzw. den aktuellen Flammende Finsternis Content, den ich mache, bringt es mir halt nichts, die jetzt zu öffnen. Weil das wäre halt für mich jetzt dann rausgeschmissenes Geld, was mir halt nichts bringt. Außer da wären halt richtig krasse Hits mit dabei, die man dann stattdessen dann verkaufen könnte. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, deswegen gucken wir mal. So, packen wir das beiseite. Ja, hier sind 12 Stück von den Dingern hier drin. Das ist einmal hier hinten Clash der Rebellen Booster und vorne Flammende Finsternis Booster. Also insgesamt 24 Booster insgesamt für roundabout 50 Euro. So ein komplettes Display. Also wenn ich die Clash der Rebellen, die 12 Booster für 25 Euro oder so verkaufen würde, dann hätte ich zumindest das schon wieder drin quasi. Also nicht das komplette Display wieder drin, sondern den Teil, den ich für die quasi jetzt ausgegeben habe. So, Clash der Rebellen. So sieht das dann aus. Packen wir aber wie gesagt beiseite und Flammende Finsternis dann werden dann geöffnet heute. Mach die schon mal alle auf, wie gesagt. Dann packen wir das alles so hin, wie es gehört. So, hier haben wir ein schönes Godroom Artwork. Wie gesagt, also solange die nicht dann von meiner Ebay Seite verkauft sind, habe ich die irgendwann dann vielleicht auch noch für ein Clash der Rebellen Opening. Aber ist nicht mein Ziel, das so zu handhaben. Und vor allem wenn es funktioniert, würde ich mir vielleicht sogar noch überlegen, weitere solche 2 Pack Blister zu holen. Weil dann kriegt man einfach die Flammenden Finsternis Booster zum halben Preis quasi. Also wenn man das dann runterrechnet 50er 50 Euro für das Ding. Wenn man 25 davon wieder durch die Clash der Rebellen Booster, durch das Verkaufen wieder reinkriegt. Dann hat man quasi 25 Euro für 12 Flammende Finsternis Booster bezahlt. Was echt ein sehr guter Preis ist. Und ansonsten, falls ich die nicht verkauft kriege, habe ich die ja dann eventuell auch noch für ein weiteres Opening dann in der Zukunft. Dann also das läuft ja dann auch nicht davon. So, ein weiteres Clash Booster an beiseite und ein weiteres Flammende Finsternis Booster. Das Einzige ist, dass hier sehr viel Müll bei rumkommt. Oh. Wow, hier haben wir ein Blister, wo das zweite Booster ein bisschen verrutscht ist anscheinend. Gerne kann es auch ein Error Display sein mit zweimal Flammende Finsternis, ne? Leider nicht. Aber hoffentlich sind hier bei Flammende Finsternis ein paar Sachen dabei, die mir noch fehlen. Beziehungsweise gerne auch Glurak V-Max. Das wäre natürlich so der Hauptgewinn zu ziehen. Fehlt mir natürlich auch noch. Aber wir gucken mal, ob die irgendwas heute gönnen oder nicht. Weil bei den Zweipack Blistern ist es so, zumindest was ich gesehen habe, es ist halt total random. Man kann halt richtig gute Puls dabei haben. Gut, kann man natürlich immer. Egal was man bei den TCG Sachen kauft. Aber man kann halt auch nicht mal irgendwas Gutes dabei haben. Also es ist halt komplett random. Weil es halt zufällige Booster sind, die dabei sind. So, drittletztes Blister. Der Müll soll schon natürlich im Mülleimer landen. So, Clash beiseite. Flammende Finsternis nach vorne. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch ein Test. Also, ob das mit dem Clash Booster verkaufen dann so funktioniert. Weil dann würde ich das natürlich dann auch weiterführen. Weil dann ist es nämlich echt ein gutes Konzept. Man kriegt die Flammende Finsternis Booster günstiger. Und also zur Hälfte quasi. Und mit dem restlichen Clash der Rebellen kann man dann auch nochmal was machen. So, gucken wir mal. Also es müssen ja jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Genau, jetzt haben wir hier die zwölf Clash der Rebellen Booster. Die packe ich wie gesagt beiseite. Die werde ich nicht öffnen. Zumindest nicht, solange ich die noch verkaufen kann. Dann die Box, die packen wir natürlich auch nochmal hier nach hinten. So, und dann haben wir hier jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Flammende Finsternis Booster, die wir jetzt dann heute öffnen werden. Und ja, schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr denn von der Idee quasi haltet, dass ich das eventuell so handhabe. Weil, ist natürlich refinanzierungstechnisch eine sehr schöne Sache. So, machen wir das erste auf. Weil wenn hier doppelte Sachen rauskommen, kann ich die ja auch immer noch verkaufen. So, den Code packen wir mal beiseite. So, vier Stück nach vorne. Und mal gucken, ob hier in den zwölf Boostern etwas dabei ist. So, dann haben wir als erstes eine Psycho-Energie. Ein Starrabia, ein Pupita, ein Duodino, ein Makro, Galapantimos, Fritzelblitz, Cap Uno, Quartermark, großer Parasol in Reverse und ein Fruyal. Okay, im ersten Booster also nichts. Aber gut, die nächsten elf können ja noch überzeugen, hoffentlich. So. Schauen wir mal, ob Booster Nummer zwei uns was beschert. So, Code beiseite. Vier nach vorne. Und ich würde sagen, diesmal haben wir eine Wasserenergie. Das ist doch echt ein Meme langsam, dass ich immer Psycho dann kriege, wenn ich irgendwas anderes predikte. Aber dann, wenn ich Psycho predikte, dann kommt nichts. So, dann haben wir ein Pupita. Ein Duodino. Ein Dart Ignis. Ein Pummeluf. Ein Dumiesel. Ein Klick. Garstella. Flemly. Flemly in Reverse. Und ein Granbull. Also hier auch leider nichts. Ich wäre schon froh, wenn hier irgendwas noch dabei wäre. So, als nächstes haben wir ein Glurak Artwork. Da kann doch dann auch mal ein gutes Glurak dann drin sein. So. Vier nach vorne. Und ich würde sagen, wir haben diesmal eine Stahlenergie. Und natürlich ist es Wasser. So, dann haben wir ein Vibraba. Ein Grill Cheetah. Ein Lunarstein. Dartiri. Galapantimos. Ein Flemly. Stolunior. Makro. Sodamag in Reverse. Und ein Galapantifrost. Uff. Die ersten drei Booster haben leider noch nichts gegönnt. Ah ja. Und die, wo ich die gekauft habe. Ähm. Der Händler. Der hat auch hier noch. Pokémon Collectible Dog Tags beigelegt. In der Evoli Variante. Sehr, sehr schön. Nett auf jeden Fall, dass die noch was beilegen, wenn man da was bestellt. Also bei mir war das jetzt der Fall. Ähm. Für wen es interessiert. Der Shop, wo ich die geholt habe, heißt Comic Planet. Soll aber jetzt keine Werbung sein. Wollte ich jetzt nur einmal in dem Fall dann erwähnen. So. Mal sehen. Ob hier heute noch was jetzt kommt oder nicht. Wenn nicht, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht das Schlimmste. Aber schön wäre, das trotzdem noch heute mit dem Hit abzuschließen. So. Wir haben eine Pflanzenenergie. Ein Ariados. Eine vertraute Glocke. Den Rose Tower. Ein Panzer Aeron. Ein Vegimac. Ein Fritzelblitz. Dartiri. Galapantimos. Der Wirrscheinwald in Reverse. Und ein Staraptor. Also auch das vierte Booster hat uns bisher nichts beschert. So. Booster Nummer 5. So. Code beiseite. Vier Stück nach vorne. Und diesmal haben wir eine Feuerenergie. Natürlich ist es diesmal wieder Psycho. Dann haben wir ein Spike vor Ort. Ein Umhang der Stärke. Ein Vibraba. Ein Starrer Lili. Panzer Aeron. Vegimac. Fritzelblitz. Dartiri. Lusadin in Reverse. Und ein Heatran in Holo. Immerhin eine Holo ist aber nicht das, was ich gerne mir erhofft hätte bisher. Aber es sind ja noch ein paar Booster da. Kann also noch was kommen. Hoffen wir es mal. Aber Hashtag immerhin eine Holo. So. Das heißt, wir haben jetzt dann noch genau sieben Stück. Das heißt, nach dem nächsten sind wir bei der Halbzeit angelangt. Gucken wir mal. Wieder vier Stück nach vorne. Und ich würde sagen, diesmal haben wir eine Psycho-Energie. Natürlich nicht. Dann haben wir die Rauchschwaden. Eine Hitze-Energie. Ein Relikant. Groberl. Groberl. Snubbull. glitzert. Da könnte was drin sein. So, kommt schon. Glurak VMAX. Das wäre jetzt doch ein Highlight heute. So, gucken wir mal. Wir haben eine Elektroenergie diesmal. Ein Jungglut. Ein Pupita. Kranowitz. Staralili. Panzereron. Ein Vegimag. Ein Fritzlblitz. Dateri. Dedenne in Reverse. Und wir haben eine VMAX. Und es ist Brutalanda VMAX. Okay. Leider kein Glurak, aber immerhin eine VMAX. Sehr schön auf jeden Fall. Habe ich leider schon. Ist aber dann trotzdem ein guter Kandidat für meine Ebay-Seite dann. Da auf jeden Fall dann auch noch eine Hülle. Um die gute Karte auf jeden Fall zu schützen. So. immerhin eine VMAX. Auch wenn es nicht die ist, die ich von den VMAX-Karten fehlt mir, abgesehen von Glurak, sowieso nur noch Zmetbo in VMAX. Also die, die hätte es auch gerne sein können. So, gucken wir mal. Wir haben eine Pflanzenenergie, ein Turbopflaster, Arboretos, ein Staravir, Hippopotas, ein Visor, ein Ignivor, ein Bubungus, ein Toxel, ein Voltenzo in Reverse Rare und ein Siberio. Okay. Immerhin eine VMAX. Darüber kann man sich schon mal nicht beschweren. So. Vier Booster haben wir noch. Kann da noch was drin sein oder nicht? Es bleibt spannend auf jeden Fall. Bis zum Schluss. So. Vier nach vorne. Und diesmal haben wir eine Unlichtenergie. Ein Mortipod, ein Sonnfell, Kabu, Reißlaus, ein Skoppel, weg damit, Toxel, Fatalite, ein Laukaps, Galapantimos und noch ein Fiaro in normaler Rare. So. Mal gucken, was haben wir noch an Artworks? So. Wir haben noch einen Infernopod, einen Glurak und einen Glurak. Das heißt, wir machen jetzt zuerst mal Infernopod auf, weil die Gluraks können potenziell noch können. Natürlich kann das Infernopod das auch. Aber wir gucken mal. So. Code beiseite. Vier nach vorne. Und eine Stahlenergie. Dann ein Vegichita. Ein Gelatropo. Ein Klicklack. Ein Laukaps. Dann haben wir ein süßes Melta noch. Ein Gastella. Ein Fililu. Ein Starrerlili. Kupfanti in Reverse. Und noch ein Libeldra. Uff, uff, uff. So. Die letzten beiden Booster für heute. So, dann haben wir Ach, komm. Immer müssen die irgendwo dran kleben. So, der Code beiseite. Vier nach vorne. Und diesmal haben wir wieder eine Psychoenergie. Natürlich kriege ich dann jetzt Wasser. So, ein Lunastein. Kampfhandschuhe. Ein Jungblut. Klepp die Fuchs. Ein Froberl. Snubul. Meltan. Skoppel. Mule Morba in Reverse. Und noch ein Hooper. Immerhin eine Holo. Auch wenn es jetzt keine wirklich interessante Karte ist, weil ich die jetzt schon ein paar Mal gezogen habe. Hashtag immerhin eine Holo. So, und mal gucken, ob im letzten Pack jetzt auch noch was drin ist. Ansonsten bin ich am überlegen, vielleicht mache ich jetzt dann auch noch Clash dann auf, weil da können ja auch theoretisch noch Hits drin sein. Ne, lasse ich lieber sein. Ich mache lieber bei der ursprünglichen Strategie fest und verkaufe die dann lieber. So, wir haben eine Elektroenergie. Ein Grill Cheetah. Ein Diktri. Seltenes Fossil. Ein Voltilam. Ein Paras. Ein Mule Morba. Ein Panzer Aeron. Ein Petsneave. Ein Ramoth in Reverse. ein Stolos in Holo. Immerhin eine Holo. Sehr schöne Sache da auf jeden Fall. Also. So schön, wie das halt sein kann, dafür, dass es nur eine Holo ist. Aber okay, das war auf jeden Fall die Ausbeute aus Flammende Finsternis. In Clash kann natürlich alles jetzt theoretisch noch drin sein, aber wie gesagt, die will ich jetzt nicht aufmachen. Die landen erstmal auf Ebay und falls ich die irgendwann noch öffnen möchte, falls ich die nicht verkauft kriegen würde, dann kann man die ja dann immer noch aufmachen, wenn man möchte. So, aber das war jetzt wie gesagt die Ausbeute für heute. Aus zwölf Boostern ist okay, würde ich sagen, dafür dass es halt Blister mit Random Booster sind. Leider nichts dabei, was mir noch gefehlt hat, aber trotzdem eine ganz schöne Sache soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, sie machen es dann beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.